Hallo! Ich fange gerade, glaube ich, den Vlog da an, wo ich den letzten aufgehört habe. Zwei Anläufe gebraucht, um das richtig zu sagen. Ich habe mich jetzt gerade umgezogen. Ich werde jetzt ein Eis essen gehen. Extra was Lilanes angezogen, damit es in meinen Instagram-Feed passt. Bei Ice Cream United, weil es da das beste Eis in Köln gibt und ich glaube auf der ganzen Welt. Ich liebe das Eis da. Ich habe gerade gesehen, die haben auf. Ich hoffe, die schlagen sich nicht allzu lang. Die sieht aus wie eine Kuh heute. Ich verstehe gar nicht, was Tara hat. Sieht voll Stands aus. Dann wird es auch on fleek. Es gibt heute Steak und Gemüse. Ich überlege, ob ich noch irgendwas Kohlehydrate-mäßiges dazu mache. Vielleicht ein bisschen Reis oder so. So, Leute, sieht das Ganze aus. Ich habe richtig Hunger. Wir haben schon 9 Uhr. Guten Morgen! Der Handwerker ist da. Ich hoffe, dass ich ab heute wieder duschen kann. Ich hoffe, dass das klappt. Ich habe heute Morgen nur ein kleines bisschen gearbeitet und eine Stunde bei Zalando Lounge verbracht. Also von 8 bis 4.30 Uhr oder so war ich bei Zalando Lounge auf der Seite. Und ich war so schnell. Alles war drin und dann wieder weg. Dann wieder drin. Kennt ihr das? Das ist so eine Seite, also so eine App, wo ihr alles günstiger bekommt. Und ich habe so Gläser, Bettwäsche und sowas gekauft. Und teilweise auch so ein paar Sachen für meinen Verlobten, weil Hilfiger war auch da gelistet. Und genau. Hier sind noch die Sachen, die ich aussortiert habe. Das hier muss ich noch wegräumen. Und wie gesagt, das hier habe ich aussortiert. Ich zeige euch mal kurz, was das denn ist. Dann kann das nämlich gleich hin. Das Pruder von Scott Barnes, das war ganz okay. Aber ich fand das, also Preis-Leistungs-Verhältnis fand ich jetzt nicht so geil. Weil ich finde die Umverpackung halt sehr below. Dann hatte ich noch so Eyeliner. Die waren mal in der Goodie Bag. Die fand ich aber nicht so geil. Das sind, ich glaube die sind nicht mal leer. Aber ich finde die nicht so gut, ehrlich. Dann die kleine Better-than-Sex-Mascara ist leer. Die Charlotte Tilbury Legendary Eyes ist auch leer. Dann habe ich hier so Eyeliner von NYX. Dann habe ich hier von Niversum Concealer. Der ist mir zu dunkel. Das ist aufgebraucht. Ich habe das heute Morgen aufgebaut. Ich hoffe, ich bekomme den noch. Und letztens in der Drogerie gab es dir nicht. Also vor Corona war ich das letzte Mal. Da stelle ich mir vor, wie lange das her ist. Das ist auch komplett aufgebraucht. Das ist von The Balm. Ein Augenbrauenstift. Ein Eyeliner von Kat Von D. Der Tattoo Liner, den ich sehr gut finde. Dann die, die habe ich einfach schon viel zu lange in meiner Schublade. Die Naked Skin Concealer & Corrector. Das hier habe ich wie gesagt offen gelassen. Deswegen ist es ausgetrocknet. Die Can't Stop Bone Start Foundation habe ich auch komplett aufgebraucht. Die Marc Jacobs Foundation ist auch schon super lange in meiner Schublade. Deswegen schmeiße ich die weg, weil ich ein bisschen Angst habe. Die riecht auch jetzt schon ein bisschen komisch. Und der Revlon Colorstay Primers auch. Leute, den mochte ich auch sehr, sehr gerne. So Leute, Handwerker sind jetzt wieder weg. Ich darf wieder duschen. Allerdings darf ich unten noch nicht die Toilette benutzen. Also das heißt, es wird noch irgendwas Neues bestellt. Im Laufe der Zeit klingt aber ganz seltsam in meinen Ohren. Naja, eingebaut. Habe mich einmal kurz umgezogen. Und werde mich jetzt mit Maya draußen treffen zum Fotos machen. Wir werden uns auf Abstand treffen. Keine Sorge, wir halten den in den Abstand ein. Außerdem muss ich sowieso ganz weit weg von mir, wegen dem Fotos machen. Ich glaube, daher werden wir hinkriegen. Und ja, ich habe einen Schokokuchen gebacken. Mit flüssigem Kern, Leute. Ich gebe euch das nachher mal. Und dann glaube ich, komme ich wieder nach Hause. Ich habe ein richtig cooles T-Shirt-Kleid an. Von And Other Stories. Das habe ich im letzten Jahr gekauft. Das geht ungefähr bis zu den Knien. Sehr, sehr chillig. Und der Cardigan ist von Zara. Ich werde versuchen, euch einen ähnlichen herauszufinden und den in der Infobox zu verlinken. Bin ich so außer Atem. Ich werde 29 dieses Jahr, Leute. Meine Kondition macht das nicht mehr mit. Hallo, was geht, Leute? Ich habe heute den ganzen Tag noch nicht gefilmt. Und ich bin schon wieder so gelb. Ich werde auf jeden Fall morgen die Kamera abholen. Die wurde nämlich gestern für fünf Tage reserviert. Dann kann ich sie direkt abholen für den nächsten Vlog. Oh, ich habe gerade ein IGTV-Video gedreht. So sieht es auch noch aus. Hier liegt auch noch alles auf dem Boden. Und hier liegt auch gerade alles noch rum. Ich schaue gerade What If. Schon krass. Man stellt sich ja immer so bei Freundeskreisen so die Frage, was würdest du tun, wenn jemand 50 Millionen anbieten würde? Was würdest du tun? Was wären deine Grenzen? Kennt ihr dieses Spiele? Oh, ich habe noch ein Zalando-Paket, welches mit euch unboxen wollte, weil ich habe von Moschino bei dieser Zalando-Lounge-Aktion mal was bestellt. Und das werde ich mal euch zeigen. Das sind nämlich noch zwei Teile, die angekommen sind. Ich überlege auch gerade, ob ich zu DM gehen soll. Aber eigentlich wollte ich euch so eine kleine Tour hier durch mein Zimmer machen. Und es ist halt noch nicht so super aufgeräumt. Ist das schlimm, wenn das nicht so super ordentlich ist? Ich meine, kommt schon. Ist doch bei euch auch nicht so super ordentlich in jeder Ecke, oder? So, ich habe jetzt diese Ecke hier aufgeräumt. Die Pakete standen da noch. Und die Sachen von Eishaus und Haaren, die ich zurückgeben wollte. Und mein geliebter Augenbrauenstift ist leer gegangen. Der Precise-Lima-Bow von Benefit. Bye, bye. Ich habe gerade mein neues Shirt von Moschino angezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Prietten hier mag. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre einfach nur ein mattes Herz. Was sagt ihr? Es ist schon relativ kurz. Man könnte das praktisch mit einer Short anziehen. Oder sieht es cool aus mit weißen Sneakers? Einfach, hm. So, ich habe jetzt mal die Hose ausgezogen. Braucht das eine Riesenpreisschulde? Um zu gucken, wie das Ganze aussieht. Also es ist, finde ich, zu kurz. Aber irgendwie sieht es cool aus. Es hat irgendwie was Chilliges. Ich werde gleich nochmal auf den Preis gucken, um zu gucken, was ich überhaupt dafür bezahlt habe. Ich glaube, es waren an die 30 Euro. Ich glaube, es war völlig okay für einen Moschino-Oberteil. Und ich habe noch eine Strickjacke geholt. Okay, ich habe mich voll verteilt. Ich habe gerade die Preise nachgeguckt. Also für das Oberteil oder dieses Kleid habe ich 75 Euro bezahlt. Und für die Strickjacke habe ich 120 Euro bezahlt, genau. Ich finde die irgendwie cool. Was soll ich das tragen, ist die Frage. Okay, die Strickjacke ist so ein bisschen, ich würde damit, glaube ich, reisen und so oder so chillen. Und jetzt ist halt die Frage, ob das sich rechtfertigt vom Preis. Ich finde, das Kleid geht schon eher, oder, als die Strickjacke. Ich lege das jetzt mal wieder zurück und denke mal nach. Guck mal, Leute, was angekommen ist. Das ist mein Raumduftöl. Ich wollte ja meinen eigenen Raumduft machen. So sehen die aus. Ich wollte auf jeden Fall Jasmin mir anschauen. Weil ich liebe Jasmin. Riecht gut. Ich glaube, so ein paar Tropfen. Es riecht aber ein bisschen, obwohl doch, das riecht sehr blumig. Ich dachte, es wäre graugummig. Aber Gardein, ja. Riecht auch gut. Obwohl, ich glaube, bei Jasmin ist der Deckel abgefallen. Der Deckel hängt hier oben fest. Das heißt, die ganze Öffnung liegt frei. Bei Cherry Blossom. Erinnert mich an Riverdale. Oh mein Gott. Boah, riecht das gut. Puh, das riecht richtig gut. Hier ist übrigens alles clean, fresh. Wieder richtig schön sauber gemacht. Und Sport habe ich heute übrigens auch gemacht. Ich habe sie wieder draußen gemacht. Deswegen habe ich euch nicht mitgenommen. Und ich überlege, ob ich wirklich so eine kleine Tour einfach machen soll. durch meine Schränke. Ich glaube, das ist ganz cool. Und das muss ja nicht so mega pingelig aufgeräumt sein. Das kann ja auch ein bisschen der Realität entsprechen. Hier unten ist noch das Yves Saint Laurent Atui drin. Ich habe ja so ein Portemonnaie, so ein Karten Atui auf Instagram verlost. Und hier oben habe ich noch eine Powerbank für meine Freundin. Weil ihr Akku ist dauernd leer, wenn ich mit ihr telefoniere. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal so. Ich zeige euch einfach mal eine Messy Room Tour, Leute. Eine Messy Room Tour. Bitte beachtet die Kartons da hinten nicht. Da habe ich noch eine Mission offen. Übrigens, falls ihr euch wundert, was das überhaupt ist. Man geht hier so lang. Und dann ist das praktisch ein Lastenaufzug. Weil man kommt hier schwer durch die Treppe durch, um irgendwelche Möbel zu transportieren oder sowas. Und deswegen ist hier ein Aufzug praktisch, der dann von oben hier runterkommt. Damit man zum Beispiel sein Bett hier unten überhaupt lagern kann. Ich habe wieder mein altes Outfit an. Bin wieder komplett gelb. Und fange erstmal hier oben an. Hier ist meine alte Kollektion, meine erste Kollektion. Das sind drei Brush-Sets, die ich noch habe. Mehr habe ich nicht. Ich werde die auch niemals aufmachen, glaube ich. Dann meine Kassenzettel. Beides ungefähr derselbe Wert. Das war alles, was es noch bei mir im DM gab. Für 72,75 und für 71,75 eingekauft. Und ich finde das halt so cool, dass da steht Lana Lara Tara. Da ist mein YouTube-Button, den ich damals bei 100.000 Followern bekommen habe. Den bin ich auch sehr, sehr stolz. Hier ist mein TamTam Sisters Glas. Das hatte mir eine Followerin gemacht. Und hier sind jeden Tag so Motivationssprüche drin. Dann mache ich das dann auf, wenn ich das sehe. Und lese mir dann was durch. Richtig süß. Also Gold angemalt. Und so einen Diamanten oben drauf. Und TamTam Sisters vorne. Und hier sind noch weitere Kameras. Das ist so eine Einwegkamera zum Beispiel. Die habe ich von meinem Verlobten bekommen. Ich liebe Polaroids. Und das hier war meine erste YouTube-Kamera. Die 70D. Dann haben wir hier meine ganze Pinsel-Sammlung, die ich ganz dringend mal sauber machen müsste. Aber ich habe jetzt schon Angst vor dem Tag. Hier sind auch noch ein paar Unterlagen noch drin. Denn diese Tasche hier ist von Mert und Markus in Kooperation mit Lancome. Ich fand die so cool. Deswegen habe ich die einfach hier reingestellt. Dann haben wir hier mein Alphabiol-Vorrat. Ich trinke das jeden Abend, Leute. Jeden Abend trinke ich eine Ampulle Alphabiol. Ich liebe das einfach. Dann haben wir hier noch Pinsel. Die habe ich irgendwann aufgehört auszupacken, weil ich mir dachte, so Tara, das ist echt genug. Du kannst sie auch echt verschenken, so. Wo ich echt ein Pinsel-Freak bin. Aber man sieht es, ne? Also Junkie ist ja echt, ja. Dann haben wir hier ein Lip-Kit von Huda Beauty. Ich habe eigentlich früher die Sachen hier reingemacht, die ich gerne verschenken möchte, bis Alphabiol dazu kam. Aber ich muss das einfach nochmal durchsortieren. Also ich glaube, das tue ich jetzt zu den Lippenstiften. Weil wenn ich Lippenstifte verschenken will, dann gehe ich auch zu der Lippenstiftbox. Was ist das eigentlich? Oh, es ist ein Lipstick. Liquid Lipstick vielleicht? Bei meinem letzten You&Me-Flohmarkt hatte ich so einen Riesenkorb voller Lippenstifte. Und die Mädels durften sich dann Lippenstifte mitnehmen. Was ich total schade fand, ist, dass sie wirklich so reingegriffen haben. Und nach einer halben Stunde gab es überhaupt gar keine mehr. Obwohl sie locker den ganzen Tag gehalten hätten, wenn einer pro Person eins mitgenommen hätte, vielleicht der Schwester noch einen oder so. Das wäre ja völlig okay gewesen. Ich hatte überhaupt gar keine Kontrolle über diesen Flohmarkt, weil ich war eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, Fotos zu machen. Das war so ein Riesenansturm. Und die Ella und die Maya haben dann verkauft. Aber das war einfach zu krass. Und wir haben uns eigentlich vorgenommen, beim nächsten Mal so eine ordentliche Schlange zu machen, damit auch jeder... Oder beziehungsweise so drei oder vier Reihen zu machen, damit jeder in Ruhe shoppen kann. Und selber die Lippenstifte dann als Geschenk dazu zu geben. Also das werde ich auf jeden Fall machen, weil ich habe zu viel. Und dann haben wir das. Ein bisschen Shampoo. Das sind meine sehr gern benutzen Shampoos eigentlich. Die Gliscor Biotech Restore. Und die von Pobelo. Die hier. So, kurze Pause. Nämlich außer ein bisschen Burata habe ich heute nichts gegessen. Deswegen, ich hatte ja heute Mittag Glasagne gemacht. Die habe ich vorhin in den Ofen geschoben. Und hier ist sie mit Salat. So, ich habe es gegessen und habe mich ein paar Minuten auf die Terrasse gesetzt. Nämlich eine Freundin kommt mir was vor die Tür stellen, weil ich brauche ein paar Produkte zum Shooten. Und die hat nur sie... Ich kann die auch leider nicht bestellen oder so. Das geht leider alles gerade nicht. Ihr seht, ich bin heute so ein bisschen träge. Mich nervt sie heute Corona besonders. Ich hätte sehr gerne wieder Normalität und Alltag und so. Es ist so ein bisschen nervig und macht einem durch so viele Sachen einfach einen Strich durch die Rechnung. Ich habe auch noch meine Familie Todes vermisst. Ich habe gerade ein Video von meiner Mutter gesehen. Gerade nochmal neu angeguckt. Und gesehen, wie lange ihre Haare geworden sind. Das zeigt, wie lange ich einfach nicht da war. Jetzt, 16. Februar war ich das letzte Mal da. Wir haben den 21. April. Und das geht mir richtig auf die Nerven. Und meine Schwestern vermisse ich. Mein Papa vermisse ich. Mein Bruder vermisse ich. So viele Sachen sind unmöglich. Zum Beispiel auch die Kampagne für meine neuen Produkte. Wie soll ich jetzt ein Shooting machen? Ich wollte so ein richtig cooles Shooting machen mit Followern. Ich weiß nicht, wann das wieder erlaubt ist. Und wann ich einen offiziellen Aufruf dafür starten kann und so. Ist halt ätzend. Ich habe gedacht, mit diesen Lockerungen, dass die Läden so aufmachen und so. Würde so ein bisschen mehr Normalität einkehren. Aber es ist auch irgendwie doof, dass jedes Bundesland irgendwie was für sich selbst macht. Anstatt dass das Land irgendwie als Einheit irgendwie was macht jetzt. Hat meine Schwester mir geschrieben, dass auf den 27. April in Baden-Württemberg die Maskenpflicht gilt. Und ich finde, es macht halt nicht so viele Fortschritte, wenn überall irgendwas anderes entschieden wird. Ich hoffe, euch ist nicht schwindelig geworden, weil ich so hin und her schocke. Ich mache jetzt mal kurz die Goodie-Bag für meine Freundin fertig. Damit ich sie ja gleich auch direkt vor die Tür legen kann. Was für ein dämlicher Tausch. So, ich habe jetzt ganz viele Produkte hier eingepackt. Und werde sie gleich ohne eine Umarmung übergeben müssen. Ich mache mal kurz weiter, bis sie kommt mit meinen Schubladen hier. Als nächstes kommt hier meine Highlighter-Schubladen. Das ist dann die nach der. Und zwar haben wir hier flüssige Highlighter und pudrige Highlighter. Ich komme hier auch oft hin, muss ich echt sagen. Ich stehe auf und hole mir neue Highlighter raus, die ich gerne ausprobieren möchte. Hier ist einer von Beckern, flüssiger. Hier sind welche von Lancome und von L'Oreal. Die von Lancome, glaube ich, gibt es nicht mehr. Ich versuche euch aber, das mal in die Infobox zu verlinken, falls doch. Dann haben wir hier die Max Drobe Creams. Dann haben wir hier zum Beispiel diese Blüte von Lancome. Erinnert ihr euch an die? Die war, glaube ich, überall sofort ausverkauft. Dann sind hier noch Lancome-Highlighter-Paletten drin. Hier sind noch MAC-Highlighter-Paletten drin. Da hinten ist das, dass die Beverly Hills, Smashbox. Das war mal mit einer Influencerin eine Kooperation mit Smashbox. Auch ein sehr schöner Highlighter, den ich auch sehr gerne benutze. Welche Palette auch echt gut ist, ist die von Charlotte Tilbury. Oh, wow, die haben krasse Produkte immer. Guck mal bitte, wie schön sie ist. Dann haben wir hier einmal Bondy Sands und Loving Tan und alles, was mit so Tan und sowas zu tun hat. Das ist allerdings was für die Haare. Hier habe ich auf jeden Fall direkt noch mehr so Bondy Sands-Produkte einsortiert. Finde ich ganz gut sogar, die Bondy Sands-Produkte. Die machen eigentlich so fleckig beim Selbstbräunen. Aber ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Muss ich unbedingt mal machen. Und hier hatte ich noch so zwei Cremes. Kommen wir zur nächsten Schublade. Und zwar dieser hier. Die ist auch so mit so ein paar Produkten einfach, die ich einfach wahllos hier reingeschmissen habe. Aber meistens sind das dann so Produkte, die ich im Badezimmer brauche oder so. Hier fehlt ein Kopf. Super. And then Chaos. Richtig Chaos. Also hier sind meistens die Produkte gelandet, die ich damals für meine DM-Videos gebraucht habe. Okay, dann geht es weiter. Ich habe hier so noch ein paar Öle. Und Body Sprays. Und das ist so ein Haarparfum praktisch. Dann hier die Zahnpasta, Leute. Die ist so kacke. Die kommt einfach so schwer aus der Tube raus. Die ist von High Smile oder wie die heißen. Das ist so schwer, die da rauszudrücken. Das hier wollte ich mal verlosen. Das Schmuck von Paul Valentine. Die Kerzen gibt es beim Action oder so. Die sind so gut. Die sind richtig, richtig so... Die duften richtig. Also der ganze Raum riecht dann auch nach der Kerze. Und das mache ich eigentlich immer... Wenn ich Gäste hatte oder so, habe ich die immer ins Badezimmer gestellt. Das habe ich mal bei Depot gekauft. So wollte ich eigentlich an meine Wand kleben. Habe ich aber dann auch doch gelassen. Jetzt kommt die Schublade mit meinen ganzen Setting Sprays. Und dann Chaos sein Daddy. Und dann kommen wir zu meinen ganzen Pflegeprodukten. Das ist auch noch so ein Body Spray von Rituals. Aber ansonsten sind es so meine Pflegeprodukte... Uh, was macht der Primer hier, der hier nicht sucht? Und die Schublade ist auch so schwer. Die ist so, so schwer. Das hier wollte ich unbedingt mal testen. Das ist ein Toner von Givenchy. Die ist ganz neu. Ich brauche gerade meine andere Body Lotion auf. Und dann benutze ich die. Das Liquid Glow habe ich auch so geliebt fürs Gesicht. Das liebt meine Mama voll. Ich wollte das nicht aufmachen. Ich wollte ihr das geben. Genau. Und dann habe ich noch so ein paar Neuheiten von Sisley, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und hier ist auch eine Tonne Pflege. Hier ist wieder das Genifique. Hier ist mein Givenchy. Ein Cleanser. Oh, Popolo. Dann hier haben wir so ein bisschen durcheinander. Dann habe ich hier unten noch ein paar Haarprodukte. Auch so ein bisschen durcheinander, weil hier ist zum Beispiel eine Creme drin, die mir nichts verloren hat. Wenn ihr Bock habt, mache ich mal so ein Ausmist-Video. Das könnt ihr mir mal gerne sagen, ob euch sowas interessiert. Hier sind ganz viele Foundations. Und ich habe schon so viele verschenkt, Leute. So, so, so viele. Die Schubladen sind auch extra hier unten mit Foundations, weil die so schwer einfach sind. Dann haben wir hier ein paar Face-Paletten. Hier sind meine eigenen Produkte. Hier sind Blush und ja, so Powder. Hier habe ich schon ganz viel aus, weil ich alles, was hier war, so verschenkt habe. Deswegen kann ich das eigentlich hier neu einsortieren und aufräumen ein bisschen. Dann haben wir hier eine Schublade voller Primer. Hier ist zum Beispiel mein Dior Backstage Primer, den ich so gerne mag. Eine Schublade voller einzelner Lidschatten und Liquid Eyeshadows und sowas. Hier sind die ganzen Eyeshadows von Huda. Hier sind welche von Stila. Hier sind meine eigenen. Und dann, welcome to my Wimpern. Also, ich habe gerade richtig viele noch in die Goodie Bag für meine Freundin und in diese Geschenktüte für meine Freundin getan. Und trotzdem ist es hier noch so voll. Dann haben wir eine Schublade voller Wimperntuschen. Das sind auch so Augenbrauenprodukte, die ich neu bekommen habe von Benefit. Ich habe gesehen, ich habe noch den Precisely My Brow. Und hier unten ist er, glaube ich, auch nochmal jetzt. Weil hier ist eigentlich so die Augenbrauen- und Kajalschublade, die auch sehr ordentlich ist. Hier ist nicht so viel, ne? Hier sind so Masken, aber so feste Masken in so Tuben. Und hier unten sind diese Sheetmasks. Hör mal, da kann man doch nicht schwitzen, du. Und so, dann kommen wir hier. Kennt das immer von meinem Video-Hintergrund. Hier sind meine ganzen Lidschatten-Paletten. Das sind unglaublich viele Lidschatten-Paletten. Das war mal eine sehr unordentliche Schmink-Sammlung-Tour. Ich bin vom Physio zurückgekommen. Ich sehe so aus, als hätte ich geschlafen. Als hätte das gut getan. Aber ich glaube, ich habe mein Gesicht so in diese Dings reingepresst. Vor Schmerzen. Sie meinte, so seine Wimpern sind verklebt. Tut mir leid. Ich habe hier ein Vergehen neben mir. Ich freue mich voll darüber, weil das ist... Auf jeden Fall sind das die ganzen Kerzen, die ich bestellt hatte bei Amazon, die 4,5 Kilo Stumpfkerzen für meinen Do-It-Yourself. Oh, wow. Ganz ehrlich, das ist ein super Preis. Also, hätte ich diese Kerzen jetzt bei Depot gekauft, hätte ich auf jeden Fall mehr als 30 Euro bezahlt. Guck mal bitte diese riesige Kerze an hier. Voll schön. Und das alles auf so einem großen Holztablett oder so einer langen Tafel beklebt mit Blumen. Ich glaube, das wird ein Traum. Das muss ich auf jeden Fall machen. Das wird wunderschön. Wenn ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, müsst ihr das jetzt tun, damit ihr das auf jeden Fall seht, weil... Und ich sehe immer noch 50% meiner... Die, die meine Videos gucken, 50% Nicht-Abonnenten. Leute, klickt doch den Abonnier-Button. Das ist ganz cool. Dann sagt ihr euch immer, ah, Tamta hat ein neues Video aufgeladen. Voll praktisch. Tausend Dank fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann am Freitag zu einem ganz neuen Video wieder. Bis dann. Tschüssi.